Hit Radio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Vogel, hallo. Palim, Palim, hier ist der Boris von Lacher Rando. Geil, echt? Ja? Ja, ich bin raus. Du hast ja das Überraschungsmenü bestellt. Richtig, ja. Darum habe ich für dich mal ein paar lustige Radioversprecher rausgesucht. Mhm, finde ich gut. Okay, Achtung, aufgepasst, hier kommt der Erste. Ein düsteres Bild zeichnet die UNESCO auch vom weltweiten Analphabetismus. Geil, super, mach weiter, ich liebe es. Okay, hier kommt gleich der Nächste, auch eine neue schöne Wortkreation. Schlempfe in Zukunft mit dem Daimler-Partner Mitschibusi, ein Smart-Viersitzer war. Super. Willst du noch einen? Ja, klar, sehr gerne. Dann hör mal, was hier in den Nachrichten passiert ist, nachdem die Bundesliga-Ergebnisse vorgelesen wurden. Freiburg-Wolfsburg 3 zu 2, Frankfurt-Stuttgart 0 zu 2 und Bochum-Köln 4 zu 0. Die Zeit, es ist 0 zu 3. So gut. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando, nur bei Hitradio FFH.